Wow, Digga! Aus, aus! Wow, ich hatte richtig Angst, der hat mir von den Schwanz gekriegt. Yo, YouTube, was geht? Da Max Borener auf Stad mit Tim. Auf jeden Fall gehen wir heute in den Natur-Zoo rein. Oder wir sind da schon angelangt, hier. Könnt mal gucken. Hier haben wir auch schon die erste Ziege. Oh, da war ne Ente. Das ist ne Ente. Das ist Tims Vater. Ah! Hast du das Schnauze, oder was? 18 Euro. So, und zwei, bitte. Leute, ich hab da eine Frage. Wo sind die Tiger? Da sind die Tiger. Ich höre Tiger. Ja. Ich hab meine Brust drauf. Guck mal, der hat die Läuse. Nehmens Action. Oh, ich hab die gehört. Ja, der war langweilig. Der hat auf jeden Fall nichts gemacht. Ist eh voll die Scheiß-Tier-Kollerei hier. Tiere ins Schwende im Zoo. Also, ich müsste gleich mal mit der Zoo-Leitung reden. Aber dann sparen wir uns, ne? Wurde keinen Ärger. Yo, Leute, was geht ab Max Borener auf Stad mit Tim? Da ist Tim. Tim, sag mal was. Ja, okay, alles klar. Tim ist auf jeden Fall bereit. So, jetzt sind wir im Affenwald. Die Bananen sind bereit. Hier, da ist schon der erste Affe. Oh, Leute, mein Herz rast richtig. Ich hab eine Banane einfach nur in der Hand. Jetzt, ich mach's mit Bananen heimlich. Guck mal. Guckt wieder ausrasten. Guckt wieder ausrasten. Gibt euch das, Leute. Der checkt direkt. Guck mal, wie die ankommen. Jetzt fickt der Max richtig. Guck mal. Wo geht der nicht? Leute, gib ihn dir aber nicht. Boah, da kommt einer runter, Junge. Boah, die kommt von über allen. Das ist Walking Dead. Boah, der klaut die Tür an. Der hat mir den Schwanz gekriegt. Boah, das ist nicht. Boah, Digga, aus, aus. Boah, ich hatte richtig Angst, der hat mir vor den Schwanz gekriegt. Nein. Gibt's auch noch das Stück, oder? Na, kriegst du aber nicht. Hopp, hopp, hopp. Okay, jetzt kommt einer von hinten. Du hast doch schon ein großes Stück. Was willst du noch? Ja, okay, hier. Aha, Spaß. Boah, der hat mir das nichts abgezogen. So, die Affen wurden gefüttert. Wenn ihr hier mal eine Challenge sehen wollt, dann lassen wir ein paar Daumen da. Wir spielen, wer schafft es, mit mehr Bananen hier einmal um diesen ganzen Kreis zu kommen. Wir gehen jetzt hier raus aus dem Aufgehege. Wir sind gerade im Streichelstuhl. Ich werde jetzt Futter holen. Gibt euch erstmal die Kleinen hier. Merry, 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 Merry. Good job. Okay, Bruder, du kriegst das schon. Bruder. Bruder, wo ist das? Wie ihr seht, man hat gar keine Chance, überhaupt die zu füttern. Das ist einfach so ein Selbstbedienungsladen. Da entsteht ein Pingu. Mal gucken, wie es denn geht. Ich frage immer, wenn er nicht zu schütteln ist. Ich glaube, der liest die Tafel. Ja, Mann, der liest ehrlich die Tafel. Snack Vorratsraum auf 11 Uhr. Sollen wir reden oder was? Hier ist die KM. Hier ist die KM. Willkommen bei YouTube. Oh, mein Lieber. Der mag die KM, Alter. Mach's super. Woah. 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 Jo, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein paar Daumen da. Wir haben euch ein paar Sachen gezeigt, nicht alles. Kommt einfach selber vorbei. Jetzt so geht klar. Schön hier. Geil, Mann. War ein richtig schöner Tag heute. Ja, richtig geil, ey. Hat Spaß gemacht. So, Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.